Willkommen zu einem neuen Video um Part Wonder Wands of Team Olya Keine Ahnung was der sich gerade erhofft davon mich mit nem Bogen zu spammen der kein Damage macht aber das können wir auch Siehste ich hab sogar getroffen Den Bogen hätte ich gerne zurück By the way es tut mir mega leid dass Uff ich hab das falsche Hotkey Dings drin Ähm es tut mir mega leid dass die letzten Tage keine Videos kamen Aber es ist äh Schule ist bei mir im Moment doch ziemlich stressig Und ja hi Ja Schule ist halt bei mir stressig erste Woche hatte ich schon gar keinen Bock mehr weil erster Tag Direkt das aufbekommen Zweiter Tag wieder was Äh Elkers sind halt ziemlich scheiße und vor allem wenn du dann äh Echt viele Sachen hast Also ich hatte halt in den ersten paar Tagen Sechs Stunden Bio Elker Zwei Stunden Geschichte Elker Und der Typ spitz sein Leben weg das find ich immer sehr freundlich Und ich hab mein äh Hotkey Dings noch nicht gewechselt also mein Hotkey Profil Und ich suck hier gerade ziemlich gegen den Dude rein Was ich offengestanden ziemlich freundlich finde Was? Junge Der Typ ist aber auch so ein richtiger Low Spitzer oder? Ich fände es halt auch schon sick wenn der Dude auch noch ein Leben hätte aber das ist äh definitiv hier gerade Fehlanzeige hi Okay So was wir jetzt machen So wie ihr merkt wird das jetzt oder ich geh mal davon aus dass es jetzt hier nicht So krass gekattet sein wird Einfach weil ich dafür in der äh bei mir in der Schulzeit jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe Ich hoffe ihr habt enjoyed was in den Sommerferien alles kam Ähm ich werde auch nicht jetzt komplett wieder auf Low Edits sag ich jetzt mal umsteigen aber ich kann halt nicht Ähm Drei Videos die Woche machen wo ich an jedem Video keine Ahnung wie viele Stunden dran sitze Schade Und by the way ich verges- Was hat der für ein Autismus Ich war gestern im Film Good Boys Und wenn ihr euch mal so die Split-Ups anguckt Dann kann ich euch sagen herzlich willkommen My Life in a Nutshell Dass ich davon verrecken würde oder? Uff Und ich find's nice dass er gar nicht am Längen ist Und ich find's nice dass meine Maus gar nicht meine Hotkeys rumswitcht die ganze Zeit Ganz viele Dinge die ich nass finde Und ähm Hallo Hast du so leicht bis ganz leicht Autismus oder was? Ich will aber glaube ich auch wirklich sterben Ich hab mir nicht mal nen Hit gedrückt Na dann wenn es euch gefallen hat würde ich mich gerne über like, hau mir abo, zu sehen Bis dahin Ciao Ciao